Hallo Freunde, Servus und Grüße, ich habe meinen bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen begann und roh. Ich möchte heute mal wieder ein Wunschvideo machen und zwar eine liebe Zuschauerin von meinem Kanal hat sich gewünscht, dass ich ihr ein Video mache zu meinem Glauben, was glaube ich. Und das mache ich gerne, ich habe das jetzt eine Zeit vor mir hingeschoben, weil es ist für mich nicht so einfach das in Worte zu fassen. Und da habe ich heute eine Kerze angezündet an meinem Engerl. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, weil mein ganze Herz einmal ganz vor sieben Jahren ungefähr so die Halle da oben versenkt hat, weil es da wie geschnuffelt hat. Da habe ich mir keine Kerze mehr anmachen getraut, aber jetzt schläft sie gerade und jetzt geht das. Und für dieses Video passt das natürlich vorzüglich. Ja, mein Glaube. Also vielleicht fange ich einmal wieder so an, wie ich aufgewachsen bin. Also ich wurde im katholischen Glauben erzogen von meinem Vater. Meine Mutter war keine da, weil ich bin von meinem Vater erzogen worden und natürlich von wechselnden Freundinnen. Aber der hat uns früher, also ich habe noch zwei Brüder, immer in die Kirche geschickt. Und zwar, er selber ist nicht gegangen, aber er wollte immer, dass wir gehen und das war ihm irgendwie wichtig. Und dann, damals habe ich schon immer, bin also nicht so besonders gern in die Kirche gegangen, so dass ich immer gesagt habe zu meinem Bruder, wir gehen heute wieder in St. Außen herum. Und wir wollten halt einfach nicht reingehen. Und teilweise ist es sonst schlecht geworden von dem Higmirgeln. Und ja, gut, so war das damals. Und ich war natürlich auch im katholischen Religionsunterricht. Und was da an euch so erzählt wird, das wisst ihr ja vielleicht. Nämlich von dem sogenannten strafenden Jesus oder strafenden Gott. Also so habe ich das erlebt und erfahren. Und das Interessante, jetzt falle ich mir jetzt gerade ein, dieses Religion, das war bei uns auch noch ein sehr wichtiges Vorrückungsfach. Das heißt, wenn man da, sagen wir mal, in der Prüfung an Sechser geschrieben hat, dann hat man da sogar durchfallen können wegen dem. Ja, so wichtig war denen das. Ja, und wie schaut es heute aus? Weil ich dann nicht mehr habe in die Schule gehen müssen, dürfen, sollen, war das eigentlich irgendwie überhaupt nicht wichtig für mich, dieser Glaube. Ich habe das nicht wirklich gespürt, was das ist. Habe ich mir gesagt, also wenn da irgendwie das Thema draufgekommen ist, ja, ich hoffe schon, dass es Gott gibt, aber wissen tue ich das nicht. Und dann habe ich mir nicht weiter Gedanken darüber gemacht. Und dann habe ich, also wie ich dann berufstätig war, habe ich irgendwann, weil ich war im Lohnbüro, und da habe ich irgendwann einmal gecheckt, dass diese sogenannte Kirchensteuer die einzige Steuer ist, die man freiwillig zahlt. Und dann bin ich aus der Kirche ausgetreten. Ja, und das war eine tolle Sache, weil da spart man sich nicht mehr einen Haufen Geld im Laufe seines Lebens. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe ungefähr vor zehn Jahren einen sogenannten Heilerkurs gemacht. Und da ist uns dieser Jesus nähergebracht worden. Und dieser Heilerkurs, der hat, glaube ich, damals zwei Wochen gedauert, und wir haben da jeden Tag tolle Sachen gelernt. Und unter anderem, mir war das am Anfang gar nicht klar, ist da versucht worden, also so wie das empfunden, jeder hat das wahrscheinlich anders empfunden, wir haben so ein Bild von dem Jesus, das ist jeden Tag an unserem Platz gelegen, und wir haben das dann einige Zeit anschauen sollen. Dann haben wir gedacht, ja, schau ich es halt einmal an, gell. Und was soll ich euch sagen? Wie dieser Kurs, dieses Heilerseminar dann zu Ende war, habe ich richtig gespürt, wie dieser Jesus in meinem Herzen drin war. Ja, also ihr lacht vielleicht jetzt, und ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber für mich war das so eine kostbare, wertvolle Erfahrung, die ich da habe machen dürfen, weil ab diesem Zeitpunkt hat sich dann einfach mein Leben in Bezug auf Glauben und eigentlich in vielen Dingen positiv verändert. Ja, irgendwie habe ich dann gespürt, dass es so etwas wie einen strafenden Gott gar nicht gibt. Ich habe natürlich auch einiges dazu gelesen, das ist so interessant, wenn man sich da mal einliest. Diesen strafenden Gott, den haben die Menschen erfunden, die Kirche, nur um dieses Monopol an sich zu reißen, sage ich jetzt mal, und den Menschen zu manipulieren. Weil ich glaube nämlich heute an die Wiedergeburt, an die Inkarnation und an die Reinkarnation. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Kirche hat das ja ungefähr 500 Jahre nach Christi Geburt, davor haben die diesen Glauben gehabt, und das stand auch in der Bibel, glaube ich, und die haben das einfach abgeschafft, weil das einfach nicht in ihr Konzept gepasst hat. Also ich glaube, das heißt, es ist mein Glaube. Das wollte ich euch noch sagen. Ich will euch auf gar keinen Fall sagen, was ihr glauben sollt. Das ist einfach nur meins. Das will ich euch einfach erzählen. Und ich denke, der Mensch ist eine Seele und hat einen Körper. Und diese Seele, die wohnt in dem Körper. Ich stelle mir da immer eine Blumenvase vor. Die Vase, also das, was außen herum ist, das ist der Körper. Und das Wasser, das da drinnen ist, das ist die Seele. Und das ist für mich eine ganz brauchbare Vorstellung, sodass ich mir das besser vorstellen kann. Und ich glaube, dass die Seele, also wenn der Körper stirbt, dann geht nach einiger Zeit diese Seele, nach glaube ich drei Tagen oder so, aus dem Körper hinaus und inkarniert, sagt man da, zu einem anderen Zeitpunkt wieder in einen Körper. Und warum ist das so? Mit jeder Inkarnation möchte die Seele Erfahrungen machen und Erfahrungen sammeln und ihren Seelenweg finden, ihre Lebensaufgabe finden. Und mit jeder neuen Inkarnation haben wir die Chance, etwas Neues zu lernen und unserem Ziel immer näher zu kommen. Und wenn man so in die Natur schaut, jedes Jahr im Spätherbst legt sich die Natur schlafen, alles vergeht und stirbt und im Frühling fängt alles wieder an zu wachsen. Und ähnlich ist es mit einer Seele, so glaube ich, oder Eppi und Flut. Das Wasser geht und es kommt wieder. Und da gibt es einige Beispiele, die einfach in der Natur zu beobachten sind. Und warum soll das beim Menschen anders sein? Ich glaube da ganz fest dran. Und das hilft mir auch, Dinge besser zu verstehen, diese Art von Glauben. Damit geht es mir hunderttausendmal besser als früher, wo ich an den strafenden Gott geglaubt habe. Der ist da oben mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, du, du, du hast schon wieder etwas Böses gemacht, eine Sünde begangen, da musst du jetzt zum Beichten gehen. Das ist schon eine abartige Vorstellung, so etwas finde ich. Ja, und ich glaube, dass alle gewonnenen Erfahrungen in einem Leben die Seele einfach mitnimmt in die nächste Inkarnation. Und das nennt man seinen Charakter. Also ich denke, das bleibt alles erhalten. Alle guten Taten, alle in Anführungszeichen schlechten Taten, die bleiben erhalten. Und manche Menschen nennen das Karma. Man nimmt es mit in die nächste Inkarnation oder in die nächste Wiedergeburt dieser Seele. Weil wenn das jetzt nicht so wäre, jetzt stellt euch vor, welchen Sinn hätte denn so ein Leben mit diesen vielen Entbehrungen und was wir alles auf uns laden, haben, wenn es nur auf ein Leben begrenzt ist. Das hätte ja gar keinen Sinn. Also das ist meine Meinung. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also nochmal, was ist Reinkarnation für mich? Das ist mein Glaube an die Unsterblichkeit meiner Seele. Ja. Ja, für mich ist das auch oft gar nicht so einfach. Vielleicht wisst ihr ja, dass ich in einem Gospelchor singe. Und wir haben viele Auftritte im Jahr, meistens in Kirchen, und oft eingebunden in eine Messe. Also der Predigt vorne der Pfarrer an der Kanzel. Und oben an der Orgel steht dann unser Chor. Wir singen zwischendurch. Und da höre ich natürlich auch diese Predigt von dem Pfarrer. Und früher, so vor 20, 30 Jahren oder noch länger zurück, habe ich da immer mitgebetet. Auch das Vaterunser. Aber wie ich das bewusst erlebt habe, was der da sagt, habe ich da nicht mehr mitgebetet. Weil ich das einfach nicht vertreten kann, was der sagt. Und so habe ich, ich denke mir dann immer, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe alle Menschen. Während die anderen das Vaterunser beten. Weil man kann da einfach, also ich kann da nicht mehr zuhören. Und wie gesagt, das ist für mich eine große Herausforderung, da überhaupt dabei zu sein. Und zwischendurch haben wir auch Texte, ganz wenig, Gott sei Dank, in unserem Gospelchor, die so ähnliche Worte wiedergeben. Ja, sodass ich mir denke, ja lieber Gott, muss das jetzt sein? Aber da muss man einfach abwägen. Die meisten Lieder sind ja ganz okay und ganz wunderbar und in Ordnung. Und wenn es nur wenige sind, dann kann ich das schon mal hinnehmen. Und mein Herz, meine Seele weiß ja, dass das alles nicht stimmt, was wir da singen. Aber die anderen glauben fest dran. Und in unserem Raum, wo wir üben, das ist ja der Pfarrsaal, hängt ein riesengroßes Kreuz von Jesus. Das ist bestimmt eineinhalb Meter lang. Da schauen wir alle drauf. Ich natürlich nicht, ich schaue durch oder dran vorbei. Aber so heißt es, das prägt die Menschen. Und lässt es immer weiter glauben an den strafenden Gott. Also auf jeden Fall ist es für mich so, mein Glaube oder meine Art zu glauben, fühlt sich für mich sehr gut an. Und es ist einfach stimmig, weil meine Seele das spürt, dass mein neuer Glaube der richtige ist, was früher nicht der Fall war. Da hat meine Seele, die war immer unzufrieden mit dem ganzen Schmarrn, sage ich jetzt einfach mal, was da Religion ist. Ja, das habe ich deutlich gespürt, ganz deutlich. Und dass die Seele aus dem Körper wandert in andere Gefilde oder woanders hin einfach, das hören wir auch immer. Es gibt so viele Nahtoderfahrungen, habt ihr vielleicht auch schon gehört, wo die Menschen eigentlich alle das selbe sagen. Dass die Seele raussteigt aus diesem Körper, der auf dem in Anführungszeichen toten Bett liegt, raussteigt und runterschaut auf diesen Menschen, der da unten liegt. Und diese Seele oder dieser Mensch ist ein paar Stunden angeblich tot. Und auf einmal hat sich die Seele anders überlegt und geht wieder hinein in den Körper und wacht wieder auf. Und dieser Mensch, der da liegt, der kann dann hinterher, wenn er wieder wach ist, ganz tolle Sachen erzählen, was er da erlebt hat. Und das Interessante ist halt das, dass die alle das Gleiche erzählen. Und das ist ein riesengroßer Beweis für mich. Eigentlich brauche ich gar keinen Beweis, weil ich fühle einfach, dass diese Art von Glauben, also für mich, der Richtige ist. Und es geht mir einfach nur gut damit. Und ich glaube an Gott und an Jesus und an die Liebe unter den Menschen und den Tieren natürlich sowieso und die Natur und alles. Und ich hoffe inständig, dass die Menschen immer menschlicher werden in Bezug auf die Tiere, in Bezug auf unsere Umwelt, immer mitfühlender. und ihr Leben dementsprechend verändern, dass sie einfach keine Tierprodukte mehr essen. Das wäre super, weil erst dann entsteht Frieden im Herzen. So habe ich das bei mir erlebt. Und ich konnte es nur so weitergehen. Es einfach sich so schön und stimmig anfühlt. Also raus mit den Tierprodukten, meine Lieben. Ja, meine Lieben, das war mein Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, danke ich euch sehr für einen Daumen nach oben. Wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen lieben Kommentar schreibt. Heute ist bei uns das Wetter. Es ist so ein Schneeregen draußen. Jetzt war es gestern und vorgestern so schön. Und ich habe mich schon nassgelegt auf meine Terrasse. Und habe mir die Sonne auf die Nase scheinen lassen. Mein Mietzi ist neben mir gelegen. Und wir haben das so genossen. Und natürlich steht Ostern vor der Tür. Und da schneit es ja oft. Aber man kann es nicht ändern. Ja, man nützt nichts. Es ist, wie es ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Bleibt gesund. Alles Liebe. Servus. Pfiat euch.